Komisches Video. Ich meine auch schon diese... Das Auto Dachau. Na so ein bisschen, oder? Das ist ja was. Das wird auch mal gut. Das liegt in der NAB. Doch du denkst du bist im Osten. Viele Arbeitslose leben auf meinem Dorfland-Wintern. Ich stand in der Region. Die einzige Stadt, wo du schmachwappen wohnen. Meiste, du dir selber hat gefallen. Und zeig mal da weg. Solange du noch kannst. Stefan Lauri ist ein Journalist. Der nur interessiert an zwei Themen ist. Nämlich Israel und das Hochbarbrot. Das erste Bild hat er sehr. Der zweite gar nicht gut. Der Vögel von Birchinger veranstaltet ein Konzert. Mit Pasko. Da würden wir auch sehr gerne spielen. Er stellte es in Aussicht. Doch zogen es zurück. Nur findet das Konzert leider ohne uns statt. Und was ist mir in meiner gesamten Laufbahn noch nicht untergekommen. Der Vögel. Der Vögel. Der Vögel. Der Vögel. Der Vögel.